Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich bei der Sandfilteranlage den Sand wechseln und somit auch richtig tauschen kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Austausch mal bei meinem Modell von Bestway. Natürlich kannst du es bei anderen Herstellern und anderen Kesselgrößen relativ ähnlich machen. Und als Faustregel sagt man einfach, dass man den Sand in etwa alle zwei Jahre einmal komplett wechseln sollte, dass man hier drin Bakterien größtmöglich vermeidet. Meine Pumpe ist ausgeschaltet und jetzt geht es einfach darum, dass wir mal schauen, dass kein Wasser mehr vom Pool durch die Schläuche zu unserer Sandfilteranlage gelangen kann. Bei mir geht es am leichtesten, wenn ich mal meinen Anschluss hier herausnehme. Und dann kann ich den nämlich auch schon gegen so einen speziellen Stopfen austauschen. Den Stopfen muss ich also mit der Nase voran einfach in den Anschluss reingeben. Falls es bei dir daheim etwas schwer geht, kannst du auch auf der Rückseite natürlich die Schlauchstelle lösen. Und wenn du das Glück hast, dann einfach das Ventil beim Schlauch zudrehen und der Anschluss ist auch schon geschlossen. Dasselbe spielen natürlich bei meinem zweiten Anschluss auch. Im nächsten Schritt stelle ich mein Mehrwege-Ventil mal aufgeschlossen, um einfach so wenig Wasser wie noch möglich zu verlieren. Und jetzt können wir auch schon dieses Ventil einmal von unserem Kessel herunternehmen. Dazu müssen wir bei unserem Spannring einmal beide Schrauben gegen den Uhrzeigersinn lösen, dass wir sie auch herausnehmen können. Und danach können wir unseren Spannring auch schon ganz einfach abmachen. Das Mehrwege-Ventil nach oben abziehen. Hier kann übrigens auch noch etwas Wasser rauslaufen. Und falls bei dir möglich, kannst du dann auch die Pumpe ganz einfach mal nach oben etwas heben und zum Beispiel das Ventil auf eine Erhöhung stellen. Um das restliche Wasser aus dem Kessel noch rauszubekommen, haben wir hier unten ein kleines Entleerungsventil. Das kann ich jetzt einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen und schon läuft mein Kessel langsam aber sicher aus. Wenn kein Wasser bzw. wie bei mir kaum noch Wasser kommt, können wir mal mit gutem Gewissen hier in den Stopfen wieder im Uhrzeigersinn draufdrehen. Und bei so einem relativ kleinen Kessel wie bei mir entweder schauen, dass wir diesen einmal etwas umkippen können, dass der Sand natürlich auch schon von alleine rauskommt. Oder aber auch gerne mit der Hand erstmal etwas nachhelfen. Das Selbstspiel können wir natürlich auch mit so einem kleinen Behälter hier machen. Und bei einem größeren Kessel würde ich aber auf jeden Fall zu so einem speziellen Nass-Trockensau ergreifen. Denn damit geht es natürlich tausendmal leichter. Wenn wir den Sand draußen haben, sollten wir natürlich noch schauen, dass wir unseren Kessel jetzt ordentlich reinigen. Das geht am besten einfach mit einem ganz normalen Gartenschlauch und dann das Ganze wirklich sauber ausschwenken. Der Kessel ist wieder sauber, weswegen ich ihn jetzt auch richtig hinstellen kann. Hierfür nur darauf achten, dass hier so eine kleine Einkerbung ist und hier unten eine Nase. Die müssen natürlich übereinander stimmen und dann lässt sich das Ganze auch nicht mehr drehen. Und wir können mal nachschauen, was für ein Sand jetzt eigentlich bei uns hier in den Kessel genau reingehört. Bei mir benötige ich eine Sandgröße von 0,45 bis 0,85 Millimeter und das Fassungsvermögen meiner Sandfilteranlage beträgt ca. 36 Kilo. Falls es bei dir in der Anleitung übrigens nicht drin stehen sollte, dann am besten mal noch den Einfüllschutz wieder runternehmen. Und normalerweise können wir hier am Rohr auch noch eine Markierung für minimalen Füllstand von Sand und für den maximalen Füllstand erkennen. Bedeutet einfach irgendwo dazwischen sollte der Sand am Ende liegen. Ich fülle also zuerst einmal einen ganzen 25 Kilo Sack in meine Sandfilteranlage rein. Und die restlichen 11 Kilo habe ich mal mit einer normalen Personenwaage abgewogen und gebe diese jetzt mit meinen Eimer ebenfalls in den Kessel. Zum Schluss den restlichen Sand von unserem Einfüllschutz einmal noch runtergeben. Hierfür gerne auch etwas wackeln und dann können wir nämlich diesen auch schon ganz einfach entfernen. Als nächstes unbedingt nochmal kontrollieren, dass hier oben auf gar keinen Fall irgendwelche Sandkörner bzw. Verschmutzungen sind, da sonst natürlich unser Mehrwegeventil nicht dicht werden kann. Und dann kann ich gleichzeitig auch schon meine Pumpe und das Mehrwegeventil Richtung Kessel geben. Schaue, dass meine Pumpe unten wieder bei dem entsprechenden Gegenstück einrastet. Diese sitzt auch schon fest. Und muss jetzt hier oben eigentlich nur darauf achten, dass natürlich auch dieses Rohr in der Mitte bei dem entsprechenden Gegenstück vom Mehrwegeventil einrastet. Bei mir schaut das auch gut aus, weswegen ich jetzt mal meinen Spannring hier wieder drauf geben kann. Der Spannring sitzt, weswegen ich beide Schrauben im Uhrzeigersinn festziehen kann. Am leichtesten geht es übrigens, wenn erst die eine Schraube anpackt, dann die zweite Schraube und dann ziehen wir diese erst fest. Und das Mehrwegeventil ist auch schon mit dem Kessel wieder richtig verbunden, weswegen wir unsere beiden Anschlüsse vom Pool wieder öffnen können. Meine Anlage ist richtig angeschlossen, aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich das System natürlich auch noch richtig entlüfte und danach vor allem auch rückspüle. Deswegen tue ich gleich einmal einen leeren Eimer unter meine Sandfilteranlage runterstellen und ich habe mir mal so ein kleines Stückchen mit einem Schlauchadapter vorne dran gebastelt. Und das kann ich jetzt ganz einfach bei meinem Anschluss D nämlich drauf geben. Die Pumpe ist immer noch nicht am Strom angeschlossen. Jetzt einfach mal den Hebel hier oben etwas nach unten drücken und das machen wir so lange, bis Wasser bei unserem Anschluss D auch rauskommt. Auch in unseren Poolschläuchen kann noch relativ viel Luft drinnen sein, weswegen ich diese jetzt einfach mal von der Filterpumpe aus etwas nach oben hin heben würde und so jetzt einfach langsam, aber sicher die Luft nach oben Richtung Pool steigt. Das machen wir jetzt wie gesagt bis zum Anschluss von unserem Pool und dann sollte nämlich auch schon die ganze Luft aus dem Schlauch draußen sein. Dasselbe Spiel natürlich bei dem anderen Anschluss genauso. Und hier haben wir jetzt übrigens auch nochmal eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel unser Glas hier oben etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und somit auch noch die restliche Luft aus unserer Pumpe rausbekommen. Wenn Wasser rausläuft, dann einfach wieder schließen. Je nach Modell kann hier oben nämlich auch ein kleines Entlüftungsventil noch sein. Die meiste Luft aus unserem System sollte draußen sein und jetzt müssen wir unsere Sandfilteranlage erst einmal noch rückspülen, dass natürlich der erste Dreck von dem ganzen Sand nicht direkt im Pool landet. Deswegen den Hebel einmal nach unten drücken und rechts rüber, in meinem Fall nämlich zu dem Symbol mit den zwei Pfeilen, was einfach rückspülen bedeutet. Laut Anleitung sollen wir das System jetzt circa drei bis fünf Minuten einmal rückspülen. Doch normalerweise reicht es auch so lange aus, bis das Wasser hier vorne wieder klar rauskommt. Und falls bei dir viel Chlor vorhanden ist, dann lieber in eine Abwasserleitung geben. Und falls fast kein Chlor drin ist wie bei mir, dann kannst du es auch mit gutem Gewissen im Garten versickern lassen. Und wichtig, immer wieder die Pumpe dann ausschalten und dann kannst du nämlich auch wieder den Hebel auf ganz normal Filtern stellen, dass natürlich diese Rückspülung auch aufhört. Bitte den Hebel von der Sandfilternlage auf gar keinen Fall betätigen, wenn die Pumpe noch läuft, da hier sonst im schlimmsten Fall etwas kaputt gehen könnte. Mein Wasser ist wieder sehr klar, deswegen wir mit dem Rückspülen auch schon fertig sind und laut Anleitung sollen wir jetzt mal noch auf den Wassertropfen gehen, was einfach nochmal nachspülen bzw. normales Spülen bedeutet, dass auch wirklich der letzte Dreck aus unserem Sand nochmal rausgeht und vor allem auch das Sandbett wieder schön gerade drinnen liegt. Deswegen auf den Wassertropfen gehen und die Pumpe wieder anschalten. Das Ganze sollen wir jetzt übrigens circa eine Minute noch laufen lassen. In meinem Fall mache ich jetzt einfach mal wieder zwei Eimer voll und schütte diese aus. Auch mit dem Spülen bin ich wieder fertig, weswegen ich den Hebel einfach mal auf diesen Playbutton, was das normale Filtern bedeutet, stellen kann. Und dann kann ich auch mit gutem Gewissen nämlich meinen Gartenschlauch wieder herunternehmen und die Filteranlage in Betrieb nehmen. Und somit haben wir den Sand in der Sandfilteranlage auch schon richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Nass-Trockensauger, eine neue Sandfilteranlage mit etwas mehr Leistung oder natürlich auch Filtersand in den verschiedensten Körnungen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Also, wenn du mir gerne einen Daumen nach oben hast, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben.